Bevor wir dribbeln, ist es sinnvoll zu täuschen. Wir machen die erste Täuschung. Wenn wir dribbeln wollen, machen wir eine Wurftäuschung und nehmen den Ball über unseren Kopf, gehen dabei tief in die Knie, sodass wir uns stark abdrücken können. Also, Wurfdäuschung und dann schnell abdrücken. Ganz schnell soll das nicht durchlaufen. Wurfdäuschung und los.